Mein Lieblingsöl ist Stress Away. Stress Away ist aus dem Grund täglich bei mir Begleiter, weil es das Öl ist, das mein Schlüsselöl, der Öffner zu Young Living war. Das Öl erinnert mich immer daran an meinen Start vor 10 Jahren ungefähr, 19 Jahren. Es ist nämlich auch ein Öl vom Starter Set und es ist ein Öl, das mich immer daran erinnern lässt, wie frei, wie offen, dass man miteinander umgehen kann, weil es natürlich sehr zentriert, auch wenn ich das selber als Parfüm verwende, auf meine Ohrenauftrag, da tue ich nämlich am meisten drauf. Wenn man jemandem begegnet, der sagt, nein, noch was willst du, dann ist es meistens immer so, es ist einfach mein Öl und das finde ich einfach so schön, dass es die Leute zusammenbringt, dass es mich zentriert und dass das einfach so eine Ausstrahlung von einer Positivität hat.